Als wir auf dem Bolsa ein bisschen Fußball spielen waren, kamen diese drei Jungs, haben uns ausgelacht, haben eine Ansage gemacht. Die wollten einfach ein Duell gegen uns und sie waren sogar zu dritt, aber trotzdem gehen wir das ein. Und direkt am Anfang haben wir ein Tor geschossen und es wird so weitergemacht. Im zweiten Angriff kam dazu, dass ich mich verletzt habe. Wie man nur schwer erkennen kann, Freunde, mein Fuß ist komplett umgeknickt. Ich konnte mich gar nicht mehr bewegen, ich kann nicht mehr laufen. Das geht einfach gar nicht, es tut so weh. Aber nichtsdestotrotz, ich werde durchziehen, damit wir einfach den Sieg holen.